Ich bin wieder im Titel Zone Wars und das wird es wahrscheinlich sein, dass ich mich schafften. Fortnite Zone Wars gegen einen Hurensohn. Als er zählt, sodass ich nicht gebannt werde. Aber, ihr wisst ja was man meint. Ihr wisst, dass er ein Hurensohn ist, dass seine Mutter ist, dass sein Vater was. Gegen einen Hurensohn, Leute. Ja, okay. Viel Spaß beim Video. Viel Spaß beim Video. Mit dem Titel, der Hurensohn in Fortnite. Ja, mit dem Bescheid zu wissen, dass dein Hurensohn ist direkt der Scan der Gegenüber von mir liegt. Komm mit Anonym 273. Das ist ein Mixer. Ähm. Er ist auch bei mir gespawed. Gut. Ja. Ich bin 200 AP. Aböl. Ja. Dein Aim halt, okay. Das sind meine Qualität. Ich geh mir doch wieder bei der Tass. Nein, ich muss eine echte Kamil. Ich bin eine Person. Er ist lag bei mir. Geht's nicht. Wo bist du? Unter mir, ne? Wie wie? Gott, wie ist das? Ja. Ah, scheiße. Der Hurensohn hat mich gefinstiert. Ja, der hab ich gekillt. Ich will, der hab ich gekillt. Ja, schuhr ihn so. Boah, ich bin nur gekeillt. Ich hab da überrasiertes rumgeblassen. du kriegst halt wie ich den Gegner die Lauflinie scheißwand oh wie dumm dieser Typ ist die Lauflinie die Lauflinie hey, war das denn selber von vorhin? hier! du bist gefickt mit der Shotgun, Digga du bist tot, der fickt dich was, wie schlecht hey, warum soll du mich ficken, man hat doch schon gemerkt, dass das scheiße ist oh oh ah, ok der Papa ey, weißt du, wo ich wohin gehe? hm ich geh morgen nach Island, Junge wenn du jetzt sagst, lass aber keine Karte der wohin so ein Kürz ist was macht der Mann? wirklich, manche Leute, die kann man einfach nur schlagen Susi Susi Barker das für'n Tanz? er holt er seinen Schwanz aus dem Scheißhut der sich abschneiden musste, weil er ok machen muss ich dachte, du willst mich verpleidigen du hast gesagt, du bist der wohin so, wenn du so bleidigst wie ich schon gesagt, ich würde nicht gerne seine Mutter sein dann würde ich auch nicht so'n 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 Du hast bei mir gespawned also in meiner Nähe nein, das bin ich nicht aber das geht du siehst die Digga genau ich geh mal ein bisschen Dancen auf den Dancefloor bevor ich denn fass was was gesagt Soll ich mal wie so richtiger Cracker dann verspielen? Mach mal. Eine Runde so, ok? Also die ganze Zeit editieren, die fragen. Die ganze Zeit die Waffen wechseln und so weißt du. Komm zu dir. Ich auch, ich auch Cracker. Ich bin bei dir. Mach auch, mach auch keinen Cracker. Oh, mir geht auch, mir geht auch. Schild, bin auch. Gut, try me. Ich bin tot, oh, ok, ok. Fak, hab ich nicht getötet, sorry. Oh, shit, oh, shit, halt der Mo, ich verlasse jetzt. Ich, ich fick alles. Oh, shit. Oh, shit, Cracker, 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 Cracker. Oh, my god, Cracker, Cracker, Cracker. Ich will doch einmal Cracker spielen. Aber nein, da ist halt alles zugebaut. Kato, ich werde doch scheiß, flessig beschreiben, dass seine Mutter eine dreckige Schlappe. Sag einmal, willst du auch Cracker machen? Dann ist halt. Was ist denn der dumme Pasta? Was ist das? Oder yield. Was ist das? Was ist denn der dumme Pasta? Ja, ich hoffe, dass seine ainlichkeit einghst 거예요, Wie geht es? Oh ja, wir kennenpyt. Soicht Co Där, ist ja eigentlich mal. ja ok so hey ja wir sagen wir beide haben immer Crackhead keine Ahnung ich hab dir gesagt dass seine Mutter wird auf Schwarzmarkt angeboten wird also dass er die schnell zurückkaufen soll sonst hat die irgendeine andere voll die voll die Pam ja komm mal zu mir bei mir ist so sicher ich bin wieder Crackhead warte ey hör mal auf den Crackhead was sei Crackhead sei sei es erlebe den Crackhead erlebe ihn fühlst du ihn? ich fühle die Power ich fühle die Macht ich auch hab einen Crack gemacht wir haben noch Crack gemacht der Arme ok man feel bad man Crackhead komm ich pushen ich bin noch Crackhead ich bin noch Crackhead ich bin noch Crackhead ich bin noch Crackhead aber auch Bruder bei mir auch vorgegeben 118 hat er jetzt ein AP Bruder ich schwöre es dir ich bin noch ein AP ich schwöre es dir ich bin noch ein AP ich bin noch ein AP ich bin noch ein das ist du hier ich bin noch eins Ich weiß nicht, was ich hier ist? mit einem anderen cracker gerade machen ganz normal wir haben geschafft oder warte warte müssen wir dass die runde die nur auslachen wir kommen in dosen ich hab verdient ich schwöre ich hab's verdient dass alle Waffen alles droppen ohne healing einfach die werden so auf uns gehen dann kommen wir nicht da so wirst du nicht kenne jetzt kenne ich gestorben ich hatte nicht von leid ja die selbst erst gestorben trage sind wenn wir beide von leiden guck mal die crickets an siehst du die alle werden auf uns gehen der nachterrunde ich gehöf ab wie lange geht das video 10 minuten 10 minuten 10 minuten 10 minuten mit diesem crackhead oh mein gott er will mich zu füllen ich habe einen artikel ich habe einen quickhead oh mein gott ich habe einen quickhead ich bin tot er wollte mich so fahrt oh mein gott er wollte mich so ich habe einen quickhead er ist ein falscher gestorben die fische lächeln mich an er ist ein falscher ich habe einen 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 auf echt nachgeladen wir sind keine guten crackhead wir sind einfach nur fortnite spieler die einfach mit oder du verkackst gerade echt krass am live in cam den die die den die nicht kurz mit uns ne wo ist er wo ist er ja der hat mich heute ja der ist ein guter du hast gesehen wie der die kohle fällt so müssen wir spielen ok so müssen wir gleich gehen ok wir werden gleich genau so ja 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 genau da waren wir halt auch letzte runde ne da stehen die sich nicht kurz im Pegel anpassen ne ja ich würde den schulen die die an hat weil sie es leidet da ja das ist ja der tanz richtig sorry dass wir schreien da wir machen uns nach die crickets einfach eine runde auf den krieg 473 nein 473 473 der ist genau hier neben spiderman ich spüre auf alles 14 ja amn 2 2 273 ja hab ich doch gesagt 273 du spass die diga anderes verstanden wo es der du bist aufgehende loggezählt hier 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 ich komme ich komme und dann ob ich auch wieder auf die Kölner abgesehen es wird nur mitgegangen die zweite Idee die Maske gewarscht ist gerade wir alles gegeben mit dem wirklich 100 ich hab dir hat die hellschutz gegeben plus eine normale wir haben sie aufgehört zu schießen weil ich die angst hat sich zu filmen ein out team geht wie ein full of this und wird einfach ineinander drin das war so unverliebt wie das messi ballon d'or gefahren hat nur so kurz um die kürze hoch die frau ms ist ein fußballprofi von aldo ist fußballprofi im fußballweg geht zum bälle im ballon d'or geht zum bälle ja die kick-gags ist einfach seine hand kick-gags ist richtig mies da ich ehrlich würde ich mich schämen den müssen wir wegblästigen oder sollen wir nicht von seinen kollegen gehen du sie dann so fett auf dem wieder gehen da ja okay der ist noch drinnen ah jetzt danach wird er verlassen weil der so pissed ist der jetzt schon salty wo ist der da sind auslachen da sind auslachen komm zu dir wo ist der wo ist der ich bin bei dir ich gehe hier auf dem tue ich mache immer so ich bin sowieso dabei oh mein gott ist bei mir wo ist denn der typ hier unten der ist der springer der komm ich buschen der dreimal auf jumppad drauf der luft lächst er ihn weg der zwei jetzt wo bist du in main in main auf ihn da ich sehe ihn halt wie jetzt auch nicht du ne direkt über mir ja in main wo ist der in main tot und tot woher kam der kein mob mehr ja ja nur noch eine runde noch eine runde in summe gewiss kann ich nicht schlafen gehen und dass der quirk jetzt einfach von uns entkommen wird ja ich bin dann auch höher ich bin dann wieder die ganze runde nicht gesehen sein scheiß wenn den den winch den so gekillt ne kill ihn bitte kill ihn der spiel so wie Pio ja ich schwöre sogar der ist sogar so alt wie ich kill ihn bitte wenn so ein headshot geben glaubt ne boah ich hab ehrenlos hingefilft ja ich bin so fett auf kontrolle digga bitte kill ihn schutz in sein kopf danke aber nicht zwei müssen in 10 überblick machen ok jetzt abgauen diesmal da wusste bescheid der war bei mir die ganze zeit der war die ganze bei mir der ist dreimal auf jumpet gegangen ne der ist rumgeflogen die ganze die ganze runde war er in der luft überblick überblick bei mir gespawnt der ist bei mir gespawnt ich schwöre der sohn ich bin auch ich bin bei ihm er rennt weiter weg er hat angst komm ne er weiß das jetzt er weiß das jetzt er weiß das jetzt ich will mich töten hab ihn ich schwöre auf alles alleine er weint er schreit gerade ich bin da mein Vater ein baumhändler zieht kommt während er zockt warum weißt du sohn ah stutzig gar mein herr ich flipp schon hier für mich ripp nach höher ja gar nicht lass mich ripp kommen er sch hallo ganze altkarte mache ripp ich ripp dir gut viele ripp ripp lass hier oben drau Ja. Deswegen ist einer AP. Der Arme muss ja. Der mit der Verwollwertwurt. Oh mein Gott. Warum? Ich höre, weil es geht schon ein bisschen ab. Wenn der Bord ist, ne? Wenn der Bord ist. Ey, mein Gott. Wollt! 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 Okay. Also, wenn wir ein Abo da? Ja, wir werden den Tricket mit dem Tricket, oder? Nein, mit dem U2.